Vers 18 Na eva tasjat krite narto na krite neha kaschana Na chasia sarva bhuteshu kaschit arta via paschraya Na niemals, eva gewiss tasja seine krite na durch die Erfüllung der Pflicht, arta, Absicht, na und nicht akritena ohne die Erfüllung der Pflicht, iha auf dieser Welt kaschana was auch immer, na niemals, cha und asya von ihm sarva bhuteshu unter allen Lebewesen kaschit irgendeine, arta Absicht, via paschraya zufluchtnehmend bei Ein selbstverwirklichter Mensch verfolgt bei der Erfüllung seiner vorgeschriebenen Pflichten keine Absicht und ebenso gibt es für ihn keinen Grund, diese Tätigkeiten nicht zu verrichten. Auch ist es für ihn nicht notwendig, von irgendeinem anderen Lebewesen abhängig zu sein. Erläuterung Ein selbstverwirklichter Mensch braucht keine vorgeschriebenen Pflichten mehr auszuführen, außer Tätigkeiten im Krishna-Bewusstsein. Krishna-Bewusstsein bedeutet keineswegs Untätigkeit, wie aus den folgenden Versen hervorgehen wird. Ein Krishna-bewusster Mensch sucht weder bei Menschen, noch bei Halbgöttern, noch bei irgendwelchen anderen Lebewesen Zuflucht. Was immer er im Krishna-Bewusstsein tut, reicht aus, um seine Verpflichtungen zu erfüllen.